Leute, was geht ab? Ich bin's Calvin und ich bin grad im Marvin Zimmer. Marvin ist nämlich grad duschen, das werde ich euch gleich noch zeigen. Auf jeden Fall ein ganz kleiner Mini-Prank und zwar, der hat doch da hinten diesen Wandschrank. Der ist einfach perversisch, okay? Und da muss ich einfach einen Joke machen. Und das Ding ist, vor paar Tagen kam da echt mal so ein Geräusch, aber das war, keine Ahnung, das war auf jeden Fall nix. Aber irgendwie kam so ein kleines Knister, vielleicht war der Windzug und so. Und da hat Marvin so gedacht, Alter, was ist da? Und ich habe natürlich nachgeguckt, aber da war einfach nix. Es war wahrscheinlich der Windzug, der durch diese Türrillen gegangen ist und hat ein kleines Geräusch gemacht. Hier, komm her, was da abgehen wird im Wandschrank. Und zwar diese Scream-Maske, meine Freundin. Danke für deinen Support. Auf jeden Fall. Wird sie jetzt gleich in den Wandschrank reingehen und dann wird sie so Geräusche machen. Am besten wird sie mit ihren Fingernägeln so an die Tür so Geräusche machen, vielleicht so ein bisschen klopfen. Ja, und dann mal schauen, wie man dabei schon reagiert bei den Geräuschen. Und wenn er dann aufmacht, wird sie einfach nur aufspringen und ihn erschrecken. Mal schauen, wie er dann reagiert. Also ganz simpler in der Prank. Aber ich hoffe, er wird effektiv, tun wir das alles vorbereiten und bis gleich. So Leute, ich glaube, ihr habt es gehört, Marvin ist am Duschen. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Luke ist jetzt in den Wandschrank und dann würde ich sagen, warten wir, bis Marvin kommt. Ich baue die Kamera her auf, verstecke die. Ja, und dann mal schauen, wie er reagiert. Dann let's go. So Leute, die Kamera ist aufgebaut. Sarah zieht jetzt die Maske an und dann geht sie hier in den Wandschrank. Okay, dann kannst du reingehen. Ich hoffe, du hast nicht allzu viel Angst. Let's go. Hey, ich wollte dir ein Video zeigen. Was ist ein Video? Ah, YouTube, ja. Okay, machen wir doch ein Network auf. Okay. Ich wollte dir ein geiles Video zeigen. Ja. auf YouTube. Was ist das? Hey. Alter. Hey. Alter. Das ist kein Wind oder so. Das war jetzt kein Wind. Was ist das, Digga? Ich hab grad Herzklopfen. Was ist das? Ich weiß es nicht, Alter. Ey, keine Ahnung, man. Ich hab grad echt Herzrasen. Soll ich auch mal? Ja, guck mal nach, Digga. Boah. Stop. 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 So nicht. Das ist ein Prank im Prank. Denn Sarah hat mir alles schon erzählt, was Calvin vorhat. Und zwar wollen die mich die Tage pranken mit dieser Maske hier. Wie wollt ihr das anstellen? Calvin meinte, ich soll in den Wandschrank und das Verschrecken bereichen. Und dann soll ich raus springen, ja. Leute, so ein läppchen Prank will er an mich machen. Da werden wir den jetzt ein bisschen auseinander nehmen und zwar mit dieser Flasche hier, Leute. Oh mein Gott! Hast du ihn getan? Nö. Okay, gut. Leute, das ist Kunstglas, Kunstglasflasche. Davon habe ich noch eine. Die werde ich in meinem Zimmer verstecken, bis der mich pranken wird. Und wenn ich merke, dass er mich pranken will, du wirst mir Bescheid sagen vorher, nur rechtzeitig, dann nehme ich diese Flasche in die Hand und werde die Sarah ins Gesicht schmettern. Das ist nur Kunstglas, Leute. Keine Sorge. Let's go! Alter! Ey! Alter! Das ist jetzt kein Wind oder so, ne? Alter, das war jetzt kein Wind. Was ist das, Digga? Ich habe gerade Herzklopfen, ne? Was ist das? Ich weiß es nicht, Alter. Ey, keine Ahnung, Mann. Ich habe gerade echt Herzrasen. Schau mal. Ja, guck mal nach, Digga. Boah. Was ist das? F**k! 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 Sorry! Sorry! Hey! Tu mir leid! F**k! F**k! Oh F**k! F**k! Scheiße! F**k! Ich rufe das mit. Ich rufe das mit! Was erschreckt die Misch? Tiggeli! Hallo! Bitte! Ruf! Ruf Gackmann! F**k! F**k! Scheiße, Digga! Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Wacht doch auf, bitte. Wacht doch auf. Ey, die ist bewusstlos, Mann. Die ist bewusstlos. Ihr auch mit mir, Alter. Ich wollte dich mal schrecken. Warum haust du eine Flasche gegen sie? Warum haust du eine Flasche gegen ihren Kopf? Was weiß ich, Mann? Du bist so krank, Alter. Guck dir das mal an. Ja, wenn du mich erschreckst, selbst was schuld ist, Alter. Das ist klar, Digga. Selbst was schuld seid ihr, Mann. Warum haust du eine Flasche gegen den Kopf? Ja, jetzt ist sie tot, Alter. Was laberst du, Mann? Really, Nigga? Spaß, Digga. Das habe ich leichter zerbrochen. Das ist das Fake-Glas. Kunst-Glas? Ja. Digga, wo hast du das denn? Krass, ne? Wollt ihr mich verarschen? Junge, der hat mir Bescheid gesagt. Ey, ihr seid behindert, Alter. Ey. 10. Freistell. Ey, Junge, ich habe Todesangst, Mann. Alle sind voll, jetzt. Ich habe Todesangst, mein Herz, Alter. Ich hatte Angst, dass das nicht zerbricht, Alter. Boah. Das ist echt, wie ehrlich gesagt. Warum stehst du so ein Zeug? Ja, was willst du nicht ranken mit so einem Scheiß, Alter? Ey, warte, wo sitzt du von einem Frank, oder was? Die hätten mir noch was fehlt. Ja, klar, Mann. Todesangst. Ey, Digga. Du hast noch eine Lacher bekommen dafür. Nein, gar nicht. Alter, das ist Kunst-Glas? Ja. Ey, Digga. Das ist nicht mal richtig krass. Kannst du darauf, Digga? Mann, krass, du Scheiße. Zum Glück ist das so ein Knack. Ich hätte niemals gedacht, dass du Kunst-Glas bestellst. Ja, muss. Ey, weiter. Das war jetzt gerade ein Poink, Poink, Digga. Ja, Leute. Ey, es hat geklappt. Ey, es geht so, dass ihr sagt, ich schwöre es euch. Boah. Also, wenn ihr für diesen keinen Daumen hoch gebt, ey, der war ich gerade gerade. Ihr habt mich gepickt damit. Ich habe echt gedacht, meine Freundin da ist bewusstlos oder so. Sieht krank aus. Keine Ahnung. Und übrigens, danke für 700k, Alter. Danke für 700.000 Abonnenten. Ihr seid der Hammer. Ihr motiviert uns. Ihr seid die Motivation. Geile Videos rauszuhauen. Krass. 700.000 sind wir jetzt. Und auf unserem Zweitkanal ist jetzt ein Video online. Checkt das ab. Wir sind da toll aktiv. Genau, wir werden immer aktiv auf dem Zweitkanal. Wenn ihr Bock habt, checkt den ab. FrankBossTV. Erster Link in der Videobeschreibung. Genau. Auf jeden Fall. Hier könnt ihr uns auch folgen auf Insta und Snap. Wie immer. Bam, bam. Da seid ihr auf dem Laufenden. Auf dem Zweitkanal wird es auch im Dezember ein kleines Special geben. Mehr dazu. Erfahrt ihr weiter. Auf jeden Fall. Abonniert den Zweitkanal. Seid da aktiv. Da wird was krasses noch kommen. Ein krasses Special. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, ich wurde in meinen eigenen Prank. Ich wusste nicht, dass ich in meinen eigenen Prank verabschiede, wo ich passiert wurde. Bis zum nächsten Video. Beziehungsweise nächste Sache. Tschau.